In diesem Beispiel lernst du, wie du Brüche kürzt. Kürze 24 Dreißigstel mit 6 Du kürzt einen Bruch mit 6, indem du den Zähler und den Nenner durch 6 teilst. 24 durch 6 im Zähler ergibt 4. 30 durch 6 im Nenner ergibt 5. Nach dem Kürzen erhältst du also den Bruch 4 Fünftel. Beide Brüche, 24 Dreißigstel und 4 Fünftel, beschreiben den gleichen Anteil. Das lässt sich so veranschaulichen. Das Rechteck ist in 30 gleichgroße Felder unterteilt. Blau gefärbt sind 24 Felder. Die blaue Gesamtfläche stellt also den Bruch 24 Dreißigstel dar. Die waagerechten Unterteilungen kannst du entfernen, ohne dass sich dabei der Anteil verändert. Kürzen bedeutet, dass die Einteilung vergröbert wird. Also hat der Bruch 4 Fünftel den gleichen Wert wie der Bruch 24 Dreißigstel. Kürze 42 Dreißigstel, so weit wie möglich. Haben Zähler und Nenner einen gemeinsamen Teiler? Ja, zum Beispiel die 7. Kürze also den Bruch mit 7. Im Zähler ergibt sich 42 durch 7 gleich 6. Und im Nenner 63 durch 7 gleich 9. Der gekürzte Bruch ist 6 Neuntel. Kann man auch diesen Bruch kürzen? Ja, denn Zähler und Nenner haben wieder einen gemeinsamen Teiler, nämlich die 3. Im neuen Zähler steht 6 durch 3, im Nenner 9 durch 3. Du erhältst den Bruch 2 Drittel. Kann man ihn kürzen? Nein, das kann man nicht. Denn Zähler und Nenner haben, außer der 1, keinen gemeinsamen Teiler. Das heißt, der Bruch 2 Drittel ist gleichwertig zu 42 Dreißigstel und kann nicht weiter gekürzt werden.